Hallo und herzlich willkommen zum Toolboy Shorty und zwar aus dem Zange in einem 1 Elektroinstallationszange vom Niebex. Sie hat eine sehr schlanke Bauform, es ist eine Multifunktionszange für die Elektroinstallation, denn sie hat sechs Funktionen in nur einer Zange, mit der kann man greifen, von flach und rundem Material. Man kann biegen, man kann entgraten, weil sie hier so scharfe Kanten hat, zum Beispiel von Unterbrottsdosen. Man kann Kabel schneiden, weil sie hier induktionsgehärtete Klingen hat. Man kann abisolieren und krimpen von anderen Hülsen. Sie hat eine Öffnungsfeder im verschraubten Gelenk, dadurch kann man das Spiel frei einstellen. Und sie hat eine Sperrklinke, das heißt man kann entweder greifen oder schneiden, das macht sie sicher. Und sie ist nicht nur sicher, sondern auch genau, weil sie hat nämlich hier eine glatte Backe für beschädigungsfreies Greifen. Sie hat Abisolierlöcher von 0,7 bis 1,5 Quadrat und 2,5 Quadrat. Sie hat ein Krimpnest und ein Brennerloch und Krimpnest von 0,5 bis 2,5 Quadrat. Mit der kann man schneiden und zwar Kupfer 5 mal 2,5 Quadrat und Aluminium in Durchmesser 15 Quadrat. Sie ist in jeder Hinsicht, Ingenieurstechniken streben es ein Wunder.